Assalamu alaikum, liebe Kinder. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir wollten uns bedanken für eure tollen Kunstwerke. Es sind so viele schöne Bilder dazu gekommen. Wir haben gesehen, mit welcher Freude und Liebe ihr sie gestaltet habt. Jetzt haben wir die Moschee damit geschmückt. Es sieht toll aus. Vielleicht wart ihr schon lange nicht in der Moschee, aber durch die Bilder ist ein kleiner Teil von euch jetzt in der Moschee. Und jetzt lasst uns mal auf die Reise gehen, die schönen Bilder anzuschauen. Ihr müsst ganz genau schauen, ob ihr ein Bild von euch auch entdeckt. Komm, los! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Assalamualaikum.